So, war hier jetzt noch irgendwas? Was macht der? Warum soll ich hierher gehen? Warum kauert der so in der Ecke? Ist alles nicht so einfach hier, ne? Hallo Mahony! Danke für dein Teamherz, Mahony! Um zu springen drückst du Leertaste. Ah, das muss ich jetzt da hinten hinbringen, oder wie? Bin ich das richtig? Warte, ich lese kurz lieber einmal. Na gut, einen Start in der Woche gehabt? Hahaha, absolut nicht, nein. Ne, 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 ne. Äh, äh, tatsächlich nicht. Okay, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Grafittstücke da hinlegen soll. Das hätte man ein bisschen besser beschreiben können, aber ist okay. Gucken wir mal. Den Schaufeln relativ gut gemacht, finde ich, eigentlich. Ich muss wirklich, äh, das aufschaufeln. So, möchte jemand ein radioatives Grafittstück? Holzt es leider, äh, schwere, äh. Schwer, alles klar. Der muss kacken. Ach so, der muss kacken, meinst du wirklich, der nicht? Was macht er jetzt? Schreckt sich, okay. Ja, ich hoffe, wir holen die morgen ab. Morgen wird alles besser. So, ich zeige mal hier. Schlimmer kann es irgendwann auch nicht mehr werden, aber auch nicht. Finde eine Stelle, an der du den Schlauch anschließen kannst. Und dann zeigt er mir das jetzt da genauer an oder immer noch nur so stichpunktartig. Finde eine Stelle, an der du den Schlauch anschließen kannst, um das Feuer zu bekämpfen, um das Feuer bekämpfen kannst. Okay. Ähm. Ja, er will, dass ich hier in radioaktive Brennstücke bringe, ne? Radioaktive Graffiti-Stücke bringe. Und, äh, jetzt kackt er weiter. Na gut, wieder wie er will. Sie nannten ihn den Mikvikaktor. Büschee. Okay, ich kann mit ihm so jetzt nicht sprechen. Okay. Gut, das sammeln wir natürlich alles ein. Ich komme da nicht mehr dran, ne? Ich glaube, das ist falsch. Wir gehen mal dahinten durch. Ich glaube, da waren ja auch welche im und am Gebäude gewesen. Ich bin gleich, hole mal mein Essen. Was gibt's zu essen, Vanita? Uh. Hier könnte man vielleicht ran. Gucken mal. Aber ich glaube, es ist schon vorgesehen, dass ich da reingehe. Oh, da seien wir immer noch. Oha, die haben wir schon zehnmal, ne? Warte, wir gucken mal. Wir gucken da mal rein. Das ist Tschernobyl, ja. Tschernobyl. Genau, Perf. Äh, Maroni. Verwirrt mich mit eurem Profilbild. Okay, hier muss erstmal gelöscht werden. Sonst komme ich da nicht hoch. Ähm. Müssen wir erstmal hier irgendwas finden, wo wir den Schlauch anbringen können. Ich schätze, ich sag mal mal engere Schläuche machen. Und er kackt da immer noch. Wow. War vielleicht ein zu riskanter Move, ich weiß es nicht. Einfach mal durchrennen, ne? So, gibt's hier irgendwo einen Anschluss? Ich mach's nochmal ein bisschen leiser. Es ist schon sehr laut im Feuer, ne? Vor mir aber auch. Also hier soll gelöscht werden und da soll gelöscht werden, okay. So schließen wir den Bums jetzt an. Ich kann mich dran erinnern, dass wir in der Demo auf jeden Fall sehr viel springen mussten. Ich glaube, ihr kriegt so die Strahlung ab. Zeig mal. Ja, jetzt schon ordentlich Strahlung. Neun. Da geht noch was. Neun. So, hier ist nichts, ja? Hier komm ich nicht ran. Komm mal ran hier. Also mal ranhalten da. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ja, bis hier hin. Weiter kommen wir nicht. Ich glaube, ich werde auch nur Feuer löschen können. Geht das? Passt. Ich glaube, ich werde auch nur, was ist das hier? Ah, Protokoll. Nur Feuer löschen können. Die auch für mich fokussiert sind. Oh. Scheiße. Das ist ein blöder Bug. So ein scheiß Bug. Hey, du stirbst einfach so random? Das ist ja doof. Ernsthaft? Ach so. Oh, der Speicherpunkt ist aber schon sehr weit zurück, ne? Nee, 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 das war ein Bug vom Spiel. Das lag am Spiel. Und da vorne ist ein Schlauch. Kann ich den vielleicht nutzen? Probieren wir gleich. Das, das, blödes Spiel. Blöde, blödes Spiel. Ja, liegt alles noch dran. Okay, Speicherpunkt ist sehr weit zurück. Muss dann mal gucken, ob man selber speichern kann. Ja, man muss immer noch im Hinterkopf halten. Es ist sehr noch eine Simulation, ne? Es ist irgendwie kein Shooter oder so, weil... Da gab es relativ wenig zu schließen in China-Bildern. So. So. Funkgerät. Ach so, das Funkgerät ist da noch gar nicht drauf. Ah, das bedeutet, was ich, glaube ich, am Mann schon habe, was ich im Inventar ist, ne? Auf G kann ich, glaube ich, die... Ja, okay. Auf G kann ich die Maske aufsetzen. So. Dann mal funken. Muss immer ein bisschen warten. Hallo. Warten wir schon. Warten wir schon. So. Und ran damit. Funke fast moderner als bei der Bundeswehr. Ach, die Feuerwehrautos. Da kommt kaltes und da hinten kommt warmes Wasser raus, ne? Also, dass ihr das wisst. Das warme Wasser ist für die Bockwürsten und das kalte ist für die Toilette. Oh, siehst du, da kriege ich direkt ein Glühböhrchen in den Schiff. Willst du mir damit irgendwas sagen, Mahony? Mahony, danke für deine Glühlampe. Vielen, vielen Dank. Vladimir, be careful. Ich hab' da gesehen den Move, wie er die gedreht hat. Fast. So, da hinten war auch noch was zum Einsammeln. Wie sieht das aus mit Speichern? Ah ja. Sollte man zwischendurch mal machen. Und ich hoffe... Jetzt müssen wir erst mal wieder Grafit holen. Es macht schon Sinn, den da abzulegen. Weil die Punkte sind halt da. Hangt noch nicht drauf. Aber du kannst halt nicht mehr gehen, ne? Wenn du schon die Schaufel auf dem Boden hast. So, also wieder zu den Kackatüken. Ist ja okay, ne, dass man das da hinbringt. Aber... Kann endlich was damit machen? Finde eine Stelle, an der du dich auch anschließen kannst. Ja, wahrscheinlich nicht am Hydranten, weil das viel zu kurz ist. Wahrscheinlich hier. Null. Hier auch nicht. Gib mal deinen Schlauch, Junge. Hier haben wir einen viel größeren, einen viel dickeren Schlauch. Hier haben wir das Rohr, Mann. Wieso kriege ich den da nicht dran? Von der Seite vom Feuer der Auto auch nicht mehr. Hast du die Verfilmung und Kurs die Serie davon gesehen? Ja, neun Folgen gab es da euch davon, ne? Acht oder neun. Mega geil gemacht, die Serie. Richtig gut. Ich komm von hier nicht da hin, glaube ich. Oder vielleicht hier auf diese Kiste stehen? Dass ich die nicht einfach da unten anschließen kann. Die war richtig gut. Also die würde ich tatsächlich noch mal... Weißt du gerade, wo die kommt? Mahoni? Wo man die gucken kann? Ich werde die doch mal gucken. Ich glaube, die kam doch auf... Andersrum. Oder kam die eben Free-TV? Jaja, Feuer. Scheiße. Feuer! Ich hab viel zu wenig Druck. Warte, ich schau mal. Oh ja. Danke dafür. Aber die würde ich noch mal gerne gucken. Ich hab hier mal ganz kurz stehen. Schau, ob was passiert. Ich will mich mal eine andere Lösung finden. Er hat doch auch vorhin gesagt, es ist zu wenig Druck drauf gewesen, ne? Er wird doch wahrscheinlich hier hinten viel mehr Druck drauf sein jetzt. Auf dem hier. Und der speist doch... Und der speist doch... Die alle ein. Kann ich da nicht einen absacken? Das gibt's doch nicht. Hier liegt auch ein Schlauch rum. Kobra-Killer. Kobra, grüß dich. Vielen Dank für den verlängerten dritten Monat. Danke, danke, danke für drei Monate. Ich hoffe, dir geht's gut. So, okay. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz schauen. Vorne wahrscheinlich nirgends wo die Wand. So. Pack den mal wieder weg. Eine Lampe hab ich hier auch nicht, ne? Ne. Hier ist auch nichts. Wien ist Milan nicht so nach wie vor noch so wie gestern und vorgestern und vorvorgestern. Alles beim Malten. Mann, no. Der stresst mich hier gerade, ne? Ja, passt soweit. Passt, passt, passt. Opa. Ich schließe hier meinen Schlauch einfach mal kurz an. Oder warte mal. Ja, na, Sichi. Ne. 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 Warte mal. Mach mal wieder ab. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ne, 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 ne. Ne, ne. Gib das mal wieder her. Stell dir vor, du bist da und einer läuft da so rum wie ich. Ne, hier auch nicht. Okay. Aber das ist ja Quark. Ne, das ist ja absoluter Quark. Hab ich jetzt einen längeren? Ne, wahrscheinlich nicht. Ich komm hier mit dir weiter. Das Spiel? Na ja, weiß nicht. Eigentlich ist es, glaube ich, ganz cool. Aber ich weiß nicht, wie ich dieses verdammte Feuer da hinten löschen soll. Ja, 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 mit Wasser. Ich weiß aber. Es ist immer mal Fall, dass diese Daten hier auch in unten angezeigt werden. Ganz kurz drin, weil es in was geht nicht. Noch längeren? Ach, ich sag alles. Was soll ich denn machen? Also hier tut mich wundern, weil es irgendwo mal ein Cut kommt, ne? Kurz bevor ich die Lösung dann habe, nehme ich euch Bescheid. Weil da muss ich bei der Demo hoch, leider hier. Das weiß ich noch. Wahrscheinlich hier, oder nicht? Oh Mann, oh Mann. Oh, Käsebina, lass dir Schnecken liegen. Danke, der Lörg. Finde eine Stelle, an der du den Schlauch anschließend und das Feuer bekämpfen kannst. Oh, ich... Irgendwie habe ich gerade ein unfassbar krasses Déjà-vu. Dass wir das irgendwie auch machen mussten, weil wir bei der Demo und ich absolut nicht wussten, was Phase ist. Also wir haben hier einen Hydranten. Das macht keinen Sinn. Der ist viel zu weit weg. Hier ist der andere. Der speist Wasser dort ein und dort ein. Und, warte. Und von dort geht ein Verteiler raus. Soll mir doch den Sinn machen? Weil hier ist nämlich kein... Wo geht der lang? Der geht hier drunter. Das soll über das Grafit steigen. Der geht hier hinten lang. Der geht zu den Feuerwehrleuten. Aber der hat doch gar nicht... Der ist doch gar nicht am Hydranten angeschlossen. Der ist doch irgendwann leer. Doch albern. Geht das. So albern. So albern. Der geht das immer wieder. So an. Dannern. Aber.